Hallo meine Rambas, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt und hier will ich euch ein kleines Erklärvideo und Übersichtsvideo geben zu den derzeitigen Gewinnspielen, weil es ist einfach derzeit so viel, dass ihr vielleicht so einen kleinen Überblick haben sollt, wo gibt es derzeit was bei mir auf YouTube zu gewinnen. Und zwar ist es im Prinzip hier bei dem Fujin Video ganz einfach, ihr müsst das Video nur kommentieren und war mit eurem World of Warships Nick. Die Auslosung von allen Gewinnspielen wird am 25. passieren und dementsprechend gibt es dann da auch das Video, dafür aber ganz wichtig, World of Warships Nick hier bei der Fujin posten. Das Video wie gesagt spätestens am 26. wird dann online sein, aber Auslosung am 25. bis dahin schon mal kommentieren. So, das ist Gewinnspiel Nummer 1, da gibt es eine Fujin zu gewinnen. Gewinnspiel Nummer 2 ist die Kaiser Nikolai. Bei der Kaiser Nikolai ist es exakt dasselbe wie bei der Fujin, euren World of Warships Nick posten, einfach als Kommentar. Ihr könnt natürlich gerne noch was dazu schreiben, müsst es aber nicht, aber der World of Warships Nick ist ganz essentiell und macht ihn bitte auch so erkenntlich, dass dieser es ist. Weil nichts anderes als, das ist der Hintergrund, so kann ich dann sehen, wer will mitmachen und der bekommt ihn dann auch von Wargaming, nämlich direkt auf sein Account. Wobei, das dauert dann noch ein bisschen, bis die Schiffe halt auch im Spiel sind. Gerade die Kaiser Nikolai kommt ja erst am 1.11. raus. Die Fujin wird schon am 27. kommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt aber, es dauert ein bisschen, bis die gut geschrieben werden. Also da wundert euch nicht, wenn ihr die nicht sofort dann auf eurem Account hat, selbst wenn ihr gewonnen habt. Das ist Gewinnspiel Nummer 2, also auch da eine Kaiser Nikolai. Und Gewinnspiel Nummer 3 ist derzeit bei Armored Warfare. Und bei Armored Warfare ist im Gegenwert das Allermeiste zu gewinnen derzeit. Auch hier ist die Auslosung am 25. zu haben, sag ich mal. Was gibt es da zu gewinnen? Es gibt da zweimal das Blitz-Paket, zweimal das Taifun-Paket und einmal das Eroberer-Paket. Und diese beiden Pakete sind, glaube ich, Pakete für 35 oder 39 Euro, Blitz und Taifun. Und Eroberer sind 65 Euro. Also es ist da schon sehr viel. In Summe sind diese 5 Codes 135 Euro wert. Also da seht ihr schon, dass es bei mir auf dem Kanal wirklich rund geht und Gewinnspiele hier schon nicht so selten sind. Aktuell 71 Leute, die mitgemacht haben. Also die Chance gar nicht so schlecht, da was abzugreifen zu können. Da reicht es übrigens, wenn ihr einfach irgendwas postet. Natürlich vielleicht was Sinnvolles. Da braucht ihr jetzt aber nicht eure Nick posten, weil die Leute beim Armored Warfare-Gewinnspiel bekommen nämlich den Code von mir zugeschickt auf YouTube. So, das war es jetzt. Das Wichtigste in kurzer Zeit. Es gibt derzeit drei Gewinnspiele, zwei, World of Warships, ein Armored Warfare. Bei den World of Warships eure World of Warships-Nicks posten. Beim Armored Warfare irgendwas Nettes, dass ich mich freue. Ansonsten, ich drücke euch allen die Daumen. Ich hoffe, ihr genießt meine Arbeit und ich genieße euch gerade umso mehr. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Euer Alkaramba.